Wie ist die jüdische Lesart von Jesaja 9, Vers 6? Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Also ein sehr starker Hinweis auf Jesus Christus. Ein Vers, der gerne auch zu Weihnachten gelesen wird in den christlichen Kirchen, der aber ein Riesenproblem für die Rabbiner darstellt und für die Juden überhaupt, weil das würde ja bedeuten, dass in Jesaja 9, Vers 6 von Jesus Christus die Rede ist. Und deswegen versuchen sie, diesen Vers umzudeuten und versuchen, den abzuändern, versuchen, den anders auszulegen. Ich zeige euch auch, wie die das tun. Speziell wie Rabbi Tovia Singer das tut. Das ist ein sehr bekannter Rabbiner, der in den USA auch eine Show hat im Internet, in YouTube, könnt ihr den auch sehen, der sehr gut sich im Neuen Testament auskennt. Der zeigt, dass Jesus ein Hochstapler war, dass Paulus gelogen hat, dass die Christen das Neue Testament verändert haben. Und hier zeigt er, dass die Christen oder hätten, hier versucht er zu beweisen, dass die Christen auch das Alte Testament verändert hätten. Aber das ist so fadenscheinig und er verwickelt sich auch in solche Widersprüche, dass das schon gravierend ist, was er da tut. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, weil es wird immer häufiger auch auf christliche Gemeinden zukommen, die jüdischen Lesart der Bibel. Und ich möchte nicht, dass ihr da durcheinander werdet dran, sondern euch ein bisschen auskennt. Er zitiert gleich, und wir schauen uns auch noch einige Texte vorab an, bevor wir uns den Rabbiner anhören, damit wir ein bisschen gesettelt sind. Er zitiert nachher auch die Septuaginta. Er flüchtet von dem hebräischen Text zur Septuaginta, was er sonst nie tut, weil die Septuaginta eine griechische Übersetzung ist. Er bleibt immer gerne im Hebräischen, aber jetzt macht er das, weil er sich sonst keinen Ausblick mehr weiß. Nur zur Erklärung, die Septuaginta, habe ich mir hier aufgeschrieben, die Septuaginta ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 vor Christus. Also die war ab 250 vor Christus ist die Übersetzung und zwar von Juden in Alexandria. Die meisten Bücher der hebräischen Bibel, des Tanach, waren bis etwa 100 vor Christus übersetzt. Die restlichen Bücher folgten bis 100 nach Christus. Das bedeutet also, die meisten Bücher der Septuaginta waren zur Zeit Jesu. Als Jesus geboren wurde, wurde schon übersetzt und zwar von Juden. Weil vor der Geburt Jesu gab es keine Christen. Die gab es erst nach der Auferstehung Jesu. Eigentlich erst nach seiner Himmelfahrt. Zu Pfingsten erst hat die Gemeinde Jesu begonnen. Da hat die Christenheit, die Gemeinde Jesu begonnen. Aber diese Septuaginta ist eine jüdische Übersetzung, die die meisten Bücher schon bis 100 vor Christus übersetzt hatte. Noch genauer sind Jesaja zum Beispiel bis etwa 150 vor Christus schon fertiggestellt gewesen. Zusammen mit vielen anderen Büchern. Das heißt also, spätestens 150 vor Christus hat die Septuaginta auch das Buch Jesaja enthalten. Das heißt, diese Septuaginta ist keine christliche Übersetzung, sondern eine jüdische Übersetzung. Weil aber die Juden in Alexandria im Auftrag des ägyptischen oder ptolemäischen Königs damals die Bibel ins Hebräische, ins Griechische übersetzt haben, diese Septuaginta, hat die natürlich, weil die ganze Welt damals griechisch gesprochen hat, eine total breite, weite Verbreitung gefunden. Auch unter den Juden, jüdisch sprechenden Gläubigen damals. Weil die ganze Welt damals griechisch gesprochen hat. Auch die Juden haben damals griechisch gesprochen. Ihr seht also heute noch Synagoge, die Gebetshäuser der Juden. Synagoge ist kein hebräisches Wort, sondern ein griechisches Wort. Synagogeia, zusammenkommen, zusammenfinden, Gemeinschaft haben, Gemeinde heißt das Synagoge. Aber noch heute heißen die jüdischen Gebetshäuser Synagoge mit einem griechischen Namen, nicht mit einem hebräischen Namen. So stark war das Griechisch, hat sich über 2000 Jahre auch verfestigt und erhalten. Und das hat dazu geführt, dass die griechische Übersetzung, diese Septuaginta, damals in Israel und im Mittelmeerraum unter den Juden total verbreitet gewesen ist. Und die Apostel natürlich diese griechische Bibel dann verwendet haben, um das Evangelium auch zu predigen. Und aus der Septuaginta zitiert, kann man im Neuen Testament auch sehen. Der Rabbiner sagt jetzt aber, die Christen, die Apostel und auch später die Kirche dann, ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus, hätten die Septuaginta verfälscht oder hätten die falsch übersetzt. Das ist aber nicht richtig. Die Septuaginta ist eine jüdische Übersetzung und keine christliche, sondern die christliche Kirche hat diese griechische Übersetzung von den Juden übernommen. Ohne Zweifel sind da einige erstaunliche Übersetzungsfehler drin. Es gab zwei deutsche Wissenschaftler, die sich da insbesondere sehr bemüht haben, darum die Septuaginta zu korrigieren. Aber was der Rabbiner hier sagt, dass die Septuaginta eine christliche Bibel wäre, eine christliche Übersetzung, das ist auf jeden Fall falsch. Ich habe ihn auch angeschrieben in YouTube. Er hat mir auch versucht, darauf zu antworten oder so eine Antwort zu geben. Und daraufhin habe ich ihm die Zitate geschickt, dass Jesaja halt bis 150 vor Christus schon fertiggestellt ist und danach hat er sich dann nicht mehr gemeldet, weil er weiß, dass es falsch ist. Was er hier tut, ist also tatsächlich, das ist schon Lüge, das Betrug, aber er wirft uns den Betrug vor und das schauen wir uns mal im Detail an. Dazu tauchen wir erstmal in die Septuaginta und in den Tanach, schauen uns die Verse im Original an und dann gucken wir uns an, was er zu sagen hat, weil dann sind wir ein bisschen gesettelt, haben ein bisschen Information und dann könnt ihr euch das anschauen und seid vielleicht ein bisschen auch in der Lage, das zu durchschauen, was da passiert. Wenn man das unvorbereitet hört, ist man erstmal total verwirrt. Wenn man das vorbereitet hört, ist man erstaunt, wie sehr er das Wort Gottes abfälscht, um das Judentum aufrecht zu erhalten. Ja, das ist schon heftig, aber schaut mal selbst, ja. Pardon, eins habe ich noch vergessen. Ich möchte mit euch den Vers nochmal schnell durchschauen, weil mir der sehr wichtig ist, weil dieser Beweis für Jesus Christus hier so stark ist. Da steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt wunderbar, Rat, Kraft hält, ewig Vater, Friedefürst. Uns ist ein Kind geboren in Bethlehem in der Krippe, ein Sohn ist uns gegeben, nämlich ein Sohn Gottes. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter, weil er Herr aller Herren ist und er heißt wunderbar, Rat, weil Gottes Geist in ihm war, in Fülle und er heißt Kraft hält, weil er sein ewiges Reich aufrichten wird und das kann niemand und nichts aufhalten. Und sein Name ist Ewigvater, Vater der Ewigkeit, ja. Ein Kind ist uns geboren und sein Name ist Ewigvater. Das ist ein Hinweis auf die Gottheit Jesu. Ich und der Vater sind eins, sagt er, ja. Und zum Schluss steht hier Friedefürst. Friedefürst wird er sein, wenn er sein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde aufrichten wird. Dann wird er Friedefürst sein. Für uns ist er heute schon Friedefürst, wenn wir an ihn glauben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen wir ihn auch erwarten. Aber jetzt steigen wir tatsächlich mal ein in den Text, ja. So, den deutschen Text haben wir uns jetzt schon angeschaut. Jetzt gehen wir mal in den Tanach. Das ist ein Tanach, eine hebräische Bibel, die ich in Amsterdam gekauft habe, in der großen Synagoge dort, also im Original aus Amsterdam. Direkt aus der Synagoge gekauft. Der ist zum Teil hebräisch und zum Teil englisch. Und ich zeige euch hier mal die Stelle im Original im Tanach. Blende auch hier neben mal zuerst mal den Text ein, im Deutschen, den Luthertext. Und das ist der Text, wenn man ihn aus dem Englischen hier übersetzt. Da steht, Auf Deutsch heißt das, Also auch hier ist die Rede von einem Kind, das uns geboren wurde. Und zwar in der Krippe in Bethlehem. Ein Sohn ist uns gegeben worden, nämlich der Sohn Gottes. Die Macht ruht auf seinen Schultern. Das ist ganz ähnlich auch wie im Deutschen. Er ist der mächtige Gott. Und er ist genannt worden, der mächtige Gott plant Gnade. Das heißt also, ein Sohn ist uns gegeben worden. Und der ist genannt worden, der mächtige Gott, der ewige Vater, ein friedfertiger Herrscher. Luther hat dieses Wort, der mächtige Gott plant Gnade. Da hat Luther dieses Wort im Hebräischen übersetzt mit Held, Kraft Held. Darüber spricht der Rabbiner und sein Interviewpartner auch nochmal. Und sein Interviewpartner sagt zu ihm, dass man dieses Wort El eigentlich ja mit Held übersetzen müsse, dass in Hesekiel auch sowas stehen würde, wo das Wort dann für den babylonischen König verwendet würde. Und dass man da nicht Gott übersetzen dürfte eigentlich. Aber hier sieht man im hebräischen Originaltext, der hier ins Englische übertragen wurde, den ich euch auch ins Deutsche übersetzt habe. Also der Tanach selber übersetzt dieses Wort, das Luther auch mit Held übersetzt hat, mit der mächtige Gott. Also im Tanach selber, im Hebräischen steht für den Sohn der Name der mächtige Gott, der Gnade plant. Und das ist schon etwas Interessantes und etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man das also aus dem hebräischen Text entnehmen kann. Und es ist nicht so, wie der Rabbiner nachher sagt, dass hier eine andere Übersetzung notwendig wäre. Das schauen wir uns dann gleich an. Jetzt zeige ich euch den Vers nochmal in der Septuaginta. Das ist ganz, ganz anders übersetzt. Und deswegen flüchtet sich der Rabbiner nachher auch in seiner Diskussion in die Septuaginta, von der er behauptet, dass sie christlich sei. Und da steht in Vers 6, Das hat also mit der Gottheit Jesu überhaupt nichts mehr zu tun. Da ist die Septuaginta komplett anders übersetzt worden und die zitiert der Rabbiner dann auch natürlich gerne. Er behauptet, dass das sogar eine christliche Übersetzung sei. Es ist aber eine jüdische Übersetzung, die ganz offensichtlich hier aus ganz unerfindlichen Gründen sich sehr weit vom hebräischen Text entfernt hat. Der Rabbiner müsste sich aber dennoch auf den Tanach in seiner hebräischen Übersetzung beziehen und dann käme er nicht umhin anzuerkennen, dass Jesus Christus Gott ist, dass er der Messias war. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns gegeben und sein Name ist wunderbarer Rat, Kraft hält, Ewigvater, Friedefürst. Zum Schluss zeige ich euch noch die englische Übersetzung der Septuaginta. Hier wieder Vers 6. Also hier sieht man auch wieder, wie weit die Septuaginta sich hier vom Hebräischen entfernt. Ganz erstaunlich. Und das mag auch der Grund sein, warum die Apostel in ihrer Argumentation der Gottheit Jesu und der Lehre über Christus, Jesaja 9 Vers 6, nicht zitiert haben, weil sie aus der Septuaginta gelesen haben und diese eklatante Diskrepanz zwischen dem Text der Septuaginta und dem Hebräischen sicher für Verunsicherung gesorgt hätte unter den jungen Christen. Aber wir sehen jetzt im direkten Vergleich zwischen der Septuaginta und dem Tanach, was der Tanach sagt und dass das, was der Rabbi nachher ausführt, nicht wahr ist. Mit dem, was wir jetzt wissen, schauen wir uns jetzt mal das Interview an, dann wird vieles dort besser verständlich. Jesaja 9 Vers 6. Natürlich wollen wir auch noch Daniel anschauen. Aber Jesaja 9 Vers 6. Er heißt wunderbarer Rat, mächtiger Gott, ewiger Vater. Ich habe deine Argumente dagegen gehört, aber viele noch nicht. Viele von denen, die an die Dreieinigkeit glauben, geben zu, dass Jesus niemals ewiger Vater genannt wurde. Wäre es richtig, wie ich gesehen habe, dass das Wort mächtiger Gott besser übersetzt würde als El Gibor oder genauer gesagt ein mächtiger Held oder also nicht allmächtiger Gott, zum Beispiel gibt es ja auch in Ezekiel einen Bezug, ich glaube, auf den babylonischen König. Dort ist das Wort El Gibor, der Herrscher, aber der Punkt ist der, niemand übersetzt das als im Sinne von ein Gott. Also die Frage noch einmal, sehen wir hier nicht eine Unehrlichkeit in der Übersetzung? Sagt doch speziell was zu diesem besonderen Vers. Also das Ganze ist ein Fake. Ihr müsst das genau wissen. Die ganze Sache ist so ein Fake. So ein Betrug, dass das Neue Testament nicht mal daran denkt. Das bedeutet, wenn Jesaja 9 Vers 6 tatsächlich über Jesus redet und erfährt uns und sagt, dass er göttlich ist, willst du damit sagen, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, Paulus, wer auch immer das Evangelium von Johannes schrieb oder Petrus, Niemand hat daran gedacht. Das ist ein späterer Fake. Das ist ein Verbrechen. Das ist aus dem 2. Jahrhundert. Es ist nicht einmal erwähnt in der christlichen Bibel, also im Neuen Testament, weil sie nicht zu dumm waren, damit anzukommen. Das ist eine spätere Erzählung. Ja, das ist keine spätere Erzählung, wie wir gesehen haben. Die Septuaginta war schon spätestens im 1. Jahrhundert vor Christus fertig. Und dazu gehörte auch der Jesaja-Text. Das haben also nicht die Apostel danach eingefügt, sondern das hat die Septuaginta schon als Textinhalt und die Septuaginta wurde von Juden übersetzt, und zwar weit vor der Geburt Jesu. Schauen wir mal weiter. Was die Kirche getan hat, also der Text redet von Hiskia, dem König, wirklich ein großer davidischer König, ein Ur-Ur-Ur-Enkel von David. Das ist der Kontext. Der Kontext ist, Jerusalem wurde belagert vom Assyrischen Weltreich und aus diesem Reich wurden 185.000 Soldaten getötet. Ja, den Text haben wir uns auf meinem Kanal schon öfters angeschaut, in Videos. Wer die verfolgt hat, weiß, worum es sich da handelt. Wenn es Hiskia gewesen sein sollte, wurde Hiskia denn Gott genannt? Aber auf gar keinen Fall. Hier versucht der Rabbi so ein bisschen Ausflüchte zu machen und den historischen Kontext da irgendwie zu zeigen. Aber wenn man diesen Vers im Kontext liest, dann müsste man ja geradezu behaupten, Hiskia wäre göttlicher Natur. Und das geht gar nicht. Ja, also das ist vollkommen abwegig. Wir schauen weiter. Also, Hiskia oder Hiskia Hu in Hebräisch, weißt du, was sein Name bedeutet? Hiskia Hu heißt der mächtige Gott. Hier habe ich euch die Übersetzung aus dem biblischen Namenslexikon von Dr. Abraham Meister. Und da steht tatsächlich bei Hiskia, bedeutet Stärke Jahwes, also Stärke Gottes. König von Judah, der seinem Vater Ahas auf dem Throne folgte. Das ist also richtig, was der Rabbi hier sagt. Prüft das selber nach. Das nennt sich die theophorische Methode. Eine theophorische Methode bedeutet, also das gibt es überall im Tanach, auch in meinem Namen. Die theophorische Methode bedeutet, dass Menschen mit göttlichen Namen benannt werden. Elia ist ein göttlicher Name. Der Herr ist Gott. Das ist es, was Elia bedeutet. Heißt das, dass wir jetzt Elia als Gott anbeten sollen? Eli heißt mein Gott. Heißt das, Eli ist Gott. Ein Priester ist Gott. Nicht in jedem jüdischen Namen, aber in den meisten. Also Daniel, Gott richtet. Heißt das, Daniel ist göttlich? Ja, die Übersetzung, die der Rabbi da von den Namen Hiskia und Daniel vornimmt, die ist richtig. Aber im Text steht halt, dass sein Name Ewigvater ist. Während Daniel nur heißt, mein Richter ist Gott. Und Hiskia nur heißt, Stärke Gottes. Hiskia heißt ja nicht, ich bin Gott. Oder Daniel heißt nicht, ich bin Yahweh. Sondern das sind ja Namen, die die Stärke Gottes oder Gott als Richter beschreiben. Während in Jesaja 9, Vers 6 steht ja, dass sein Name ist Ewigvater. Unmittelbar, ja, das müsste der Rabbi eigentlich sagen. Tut er aber nicht. Also seid sehr vorsichtig. Das spricht über ein Ereignis, das schon vorbei ist. Ein Sohn wurde uns gegeben. Also der Rabbi sagt, diese Passage bezieht sich auf Dinge, die schon vorbei sind. Und er sagt, dass der, der hier gemeint ist, Hiskia gewesen sei. Aber dann wäre Hiskia ja Gott. Und das kann nicht sein. Und außerdem steht im Text Zusammenhang, denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midians. Das hat Hiskia nicht getan, ja. Das ist etwas, ist eine Prophetie, die für das tausendjährige Reich gilt, die für die Zukunft gilt und die zu der damaligen Zeit nicht passiert ist. Also es macht keinen Sinn, das auf die Zeit Hiskias zu beziehen, ja. Aber wir schauen weiter. Es ist keine Prophetie für die Zukunft. Natürlich nicht. Und ich bitte die Leute, obwohl es die Zukunft verwendet. Nein, es verwendet nicht mal die Zukunft. Es ist nur in der Übersetzung in der Zukunft. Es ist nicht im Hebräischen. Also meine Freunde, so alles, was ihr tun müsst, mit dem Wort Vajikra beginnt das Buch Leviticus. Ihr könnt das selber prüfen, ihr müsst mir nicht glauben. Ihr Zuschauer denkt vielleicht, ah, der Rabbiner mag keine Christen. Der Rabbiner ist voreingenommen. Muslime und Juden mögen die Christen nicht. Also nochmal, ich möchte euch ermutigen. Also alles, was ihr müsst, ist nach dem Wort Vajikra gucken, okay? Eure King James Bibel übersetzt, er wird genannt werden, okay? Sucht also überall dort, wo dir das Wort in der hebräischen Bibel auftaucht. Und ich kann euch schon sagen, das Wort taucht in den jüdischen Schriften ungefähr 209 Mal auf. 209 Mal. Bingo. Damit beginnt das Buch Leviticus. Und es heißt immer, er wurde genannt. Warum verändern die christlichen Bibeln alle Verben ins Futur? Wie habt ihr den Text verändert? Warum? Weil ihr versucht, aus dem Text eine Prophetie zu konstruieren, über ein Ereignis, das schon passiert ist. Ja, also den Schuh muss ich der Rabbiner selber anziehen, denn die Frage ist ja die, warum ist die Septuaginta soweit vom hebräischen Text abgewichen? Das ist ja eine jüdische Übersetzung und die hat den Text so sehr stark verlassen, dass sie sogar den Namen Gottes da auslässt und eigentlich den ganzen Sinn auch komplett verfälscht, während das Hebräische im Tanach das ja zeigt. Und es ist überhaupt nicht so, als ob wir eine Prophetie da herauskonstruieren wollten, sondern im Hebräischen im Tanach steht, ein Kind ist uns geboren und dessen Name ist Ewigvater. Das steht in seiner hebräischen Bibel und das müsst ihr eigentlich anerkennen. Ja, da geht es also nicht darum, dass die Christen die Bibel verfälscht hätten, sondern, ich sage es mal so ganz frontal und vielleicht dann einfach etwas verständlicher, einfacher verständlich. Die Juden haben mit der Septuaginta den Text des Tanach verfälscht. Und wenn man in den Text des Tanach reingeht, dann sieht man, dass die Übersetzungen, die wir heute haben, gut sind und sauber sind und belastbar sind. Ja, dass diese Verben ins Futur übersetzt worden sind, ist eine Eigenart der King James Version. In den deutschen Bibeln ist das nicht so, ja, in der Lutherbibel ist das nicht so, könnt ihr auch nachlesen. Dass die Vergangenheitsform da steht, liegt daran, dass die Perspektive aus dem tausendjährigen Reich wieder zurückgeht auf den Messias, der gekommen ist und die Route zerbrochen hat, wie zur Zeit Midians. Ja, das hat Hiskia zu seiner Zeit nicht getan, ja, aber wir schauen mal weiter. Bitte lest Jesaja 36 und 37. Da wird die damalige Situation wiederholt, aber mit mehr Details. Schau 2. Könige 18 und 19. Da wird es wiederholt. Bitte schau 2. Chronik. Dort ist alles enthalten über diesen Vorfall. Hiskia war prima. Wer ist der Held hier? Der Held ist Hiskia. Er war ein ganz großartiger König. Ja, diejenigen, die meinen Kanal verfolgt haben, kennen diese Bibelstellen alle. Die haben wir vielfach behandelt, ja. Da geht es immer wieder um Hiskia. Da geht es um eine Ankündigung der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit, ja. Das, was wir dort sehen, ist etwas Großes und auch eine große Prophetie. Aber das, was Jesaja 9, Vers 6 sagt, passt nicht auf Hiskia. Dazu war Hiskia zu schwach. Diese Kraft wird erst Jesus Christus haben, wenn er wiederkommt. Schauen wir mal weiter. Tatsächlich heißt der Text wie folgt. Der großartige Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater, nannte seinen Namen der Prinz des Friedens. Das ist die saubere Übersetzung. Nein, Rabbi Singer, das ist nicht die saubere Übersetzung. Die saubere Übersetzung haben wir eben im Tanach nachvollzogen. Das ist heftig, was er hier tut, ja. Also jetzt verlässt er wirklich den Text und jetzt biegt das ab und biegt das weg und jetzt wird er auch unehrlich, ja. Wir machen Fortsetzung. Und es ist interessant, es gibt muslimische Hebraisten, die das verstehen und ich bin sehr stolz auf sie. Aber bitte, ihr müsst die Grammatik kennen. Übrigens, das ist nicht in der Septuaginta. Man sollte wissen, wie die Septuaginta das formuliert. Ich habe das noch nie im Internet gesagt. Ich tue es jetzt und ich habe das noch nie in einer anderen Show gemacht. Wenn ihr zu Septuaginta geht, dort existieren nicht mal diese Bezeichnungen für Gott. Also wenn die Christen glauben, dass die Septuaginta zuverlässig ist, warum spricht sie nicht davon? Ja, warum die Septuaginta dann nicht spricht von, das weiß keiner. Ja, das ist ein Rätsel bis heute. Die Christen schauen sich ja auch den hebräischen Text an, können es auch nachvollziehen und können zum Teil ja auch hebräisch, zum Teil sogar extrem gut. Viele deutsche Wissenschaftler haben geholfen, die Septuaginta wieder zu korrigieren. Warum die Septuaginta diesen Textteil nicht enthält, ist mir auch nicht verständlich. Aber das ist kein Problem der Christen, das ist ein Problem der jüdischen Übersetzung. Die Septuaginta sagt, die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein und sein Name ist genannt, als er steht, ein großartiger Ratgeber. Denn ich will Frieden über ihre Prinzen bringen für seine Genesung. Das heißt, es ist alles in der Septuaginta. Lass mich das klären. Du meinst die Septuaginta? Nein, sie hat das nicht. Sie hat das überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Denn die Septuaginta, also ich mache das für dich, mein Lieber. Nein, das hat sie nicht. Das ist auch für den Interviewpartner, für Rabbi Singer jetzt unverständlich. Er wird das sicher nachprüfen, dann wird er wahrscheinlich auch zum hebräischen Text gehen müssen. Und dann wird er sehen, dass dort steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist Kraft, hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Das wäre etwas Schönes, wenn auch er und auch Rabbi Singer über Jesaja 9, Vers 6 zum Glauben an Jesus Christus kommen würden. So wie es in ihrem Tanach steht. Also ich mache das nur für dich, also ich denke nicht, also bitte, also ihr Zuschauer, glaubt mir nicht, glaubt mir nicht, jetzt nicht, also noch nicht. Okay, also ich muss es beweisen. Ich bitte euch, geht online und du sagst vielleicht, ich kann kein Griechisch, aber das brauchst du nicht. Warum? Die Septuaginta wurde ins Englische übersetzt. Okay, also wenn ihr mir zuhört, versteht ihr ja eigentlich. Schaut euch die englische Übersetzung der Septuaginta an, in Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Und wisst ihr, es ist nicht da. Ja, das haben wir hier gemacht, ja. Wir haben uns die Septuaginta angesehen, wir haben uns die im Deutschen angesehen, im Englischen, im Griechischen kann man die auch noch ansehen, wenn man möchte. Es ist nicht da. Was für uns maßgeblich ist und für ihn auch maßgeblich sein sollte, ist aber der hebräische Text. Und den haben wir uns genau angeschaut und da steht genau das drin, was wir in unseren deutschen Übersetzungen auch haben. Das wäre etwas, woran Rabbi Singer sich eigentlich erinnern müsste. Ich kann das nicht verstehen, mir ist das unverständlich, warum er das so weg erklärt. Ja, das ist heftig, was er hier tut. Also ihr Christen glaubt, ihr Christen glaubt, dass die Septuaginta, was lachhaft ist, über dem Hebräischen steht. Also wie kann eine Übersetzung besser sein als das Original? Aber nehmen wir an, ich akzeptiere euren Punkt, euren lachhaften Punkt. Dann kommt ihr noch mehr in Probleme, weil es in der Septuaginta nicht enthalten ist. Nein, wir kommen da gar nicht in Probleme. In Probleme kommt er, weil er nämlich, wenn er auf den hebräischen Text zurückgehen würde, was er hier tunlichst vermeidet, erkennen müsste, dass dieses Kind, das geboren ist, ein Vatergott ist, ein ewiger Gott, ein Kraftheld, jemand, der kommt und Friedefürst sein wird. Das ist etwas, was natürlich der jüdischen Theologie komplett widerspricht und auch einigen christlichen Richtungen widerspricht, die auch die Gottheit Jesu leugnen, aber das sieht man hier deutlich. Und ich finde daran, dass der Rabbiner sich so abstrampelt und jetzt sogar in die christliche Septuaginta flüchten muss und diesen korrumpierten Text dort verwendet, obwohl er es besser weiß und weiß, dass es im Hebräischen anders formuliert ist, das zeigt seine Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit sollte ihn eigentlich, wenn er ehrlich ist, sollte sie ihn dazu führen, dass er umkehrt und an Jesus Christus glaubt. Habe ich ihm auch geschrieben im Internet, in YouTube, habe ich ihm dann ein paar Kommentare geschickt. Er hatte dann gesagt, dass dieser Plaginta dann nicht komplett übersetzt wäre. Dann habe ich ihm geschrieben, dass Jesaja schon übersetzt war und zwar vollständig. Und dass ich mir vorstellen könnte und wünschen würde, dass er zum Glauben an Jesus Christus kommt, vielleicht mit Jesaja 6, weil er ist schon ein begabter Lehrer und wir Christen bräuchten eigentlich so begabte Lehrer, aber wir brauchen natürlich begabte Lehrer, die uns in die Grundtexte reinführen und uns das Evangelium erklären, nicht das Judentum. Ja, dazu müsste er sich eigentlich erst bekehren, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber schön wäre es schon und man könnte es ihm von Herzen wünschen. Wir schauen weiter. Die Septuaginta hat eine Menge Unklarheiten. Das bedeutet also keine schwerwiegenden Sachen, aber ich möchte das hier kurz machen. Die Septuaginta hat so einige Sachen. Also was sie gemacht haben, es gab so viele griechische, griechische, griechische Übersetzungen und ein paar Leute haben was ausgelassen und eigentlich hat es die Kirche wieder miteinander vermixt und alles, was wichtig war, vergessen. Ja, das ist jetzt einfach falsch. Haben wir ja gesehen, die Septuaginta war 100 vor Christus schon fertig in ihren wesentlichen Schriften. Jesaja gehörte unbedingt dazu. Das ist ein großer Prophet. Da hat die Kirche überhaupt nichts vermischt und miteinander vermixt, sondern das ist einfach eine schlechte Übersetzung, die von den Juden herkommt. Also der Ball liegt hier in seinem Feld, nicht in unserem Feld. Aber das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß, dann verunsichert so eine Auslegung hier oder so eine Interpretation. Eine Auslegung ist das ja nicht. Das ist nicht mal eine Interpretation. Das ist eine Flucht und fast, muss man schon sagen, Panisch, weil er alle möglichen Nebelkerzen werfen muss, um darüber hinwegzutäuschen, wie sehr er hier dem hebräischen Text widerspricht. Und er strampelt und arbeitet daran und macht Vorwürfe und wird emotional. Da merkt man schon, dass er eigentlich auch unsicher ist. Vielleicht bewegt sich ja was in seinem Herzen. Wer weiß das. Paulus war ja auch vorher ein recht harter Harzknauben, wie man im Schwäbischen sagt. Das ist, was wirklich passiert ist. Aber wenn ihr der Septuaginta trauen wollt, wenn ihr eurer Septuaginta so sehr liebt, warum ist es nicht drin? Hallo und gute Nacht. Ja, das ist natürlich schon ein harter Tobak, oder? Wenn man sieht, wie der Bibeltext dermaßen wegerklärt wird, weggedreht wird. Das ist schon Lüge. Ja, das ist nicht mehr irgendwo die Halbwahrheit oder die Unwahrheit. Das ist tatsächlich Lüge. Warum zeige ich euch das? Ich zeige euch das deswegen, weil diese Einflüsse immer mehr und immer stärker auf die Gemeinde Jesu zukommen werden, je weiter wir in die Endzeit kommen. In Amerika ist das schon sehr weit, ja. Ihr seht ja auch hier diese Radiosendungen, die werden regelmäßig ausgestrahlt, mit sehr hohen Zugriffszahlen zum Teil. Und die Christen werden natürlich total durcheinander, weil die da sich nicht mit auskennen. Warum? Weil das in den christlichen Kirchen nicht mehr gelehrt wird. Auch in den Gemeinden nicht mehr gelehrt wird. Wir sind in diesen Dingen überhaupt nicht informiert, auch nicht unterrichtet, weil das niemand mehr tut. Die Pastoren wissen das zum Teil selber nicht. Warum das nicht gelehrt wird, weiß ich nicht genau. Irgendwie scheint da so eine gewisse Armut in den Gemeinden und Kreisen zu sein, die da grassiert. Auf jeden Fall ist die Christenheit meiner Meinung nach in Bezug auf ihre Bibelkenntnis vollkommen sturmreif geschossen. Man geht da entweder in die Schwärmerei rein, ich sage ja immer wie im Fieberwahn, total emotional und gefühlsbetont. Oder man ist total gesetzlich und die gute Mitte, die man da finden sollte. Oder ich sage mal lieber, Mitte gefällt mir nicht so sehr gut, sondern die Nähe zum Wort Gottes, das fehlt überall. Und deswegen möchte ich euch das gerne zeigen, dass ihr ein bisschen vertraut seid mit den Gedanken, mit dem Denken auch der Rabbiner und wie die Rabbiner das auslegen, damit ihr einfach ein bisschen gewappnet seid, auch für andere Themen, die da auf euch zukommen werden. Vielleicht, ja. Und überhaupt, finde ich, macht die Beschäftigung mit der Bibel große Freude, weil man sieht, dass das alles wahr ist. Ja, Jesaja ist jetzt 2800 Jahre alter Text und der berichtet also 800 Jahre bevor Jesus kommt schon vom Sohn Gottes. Und zwar nicht nur von dem Kind, das uns gegeben wurde in der Krippe, sondern auch von dem Friedefürst, der kommen wird über die ganze Welt. Ja, das, was wir festhalten können, auch in so Zeiten wie jetzt, immer wieder ein bisschen uns in der Bibel zu erfrischen und uns zu vergewissern, Gott sitzt im Regiment und führt alles wohl. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute.